In den Einstellungen können Sie Teile vom Poseidon Web und der mobilen App anpassen. Sie können hier eine Sprache für das Poseidon Web wählen. Hier können Sie auch das Farbthema für die Poseidon App wählen. Momentan haben Sie die Auswahl zwischen Poseidon und hoher Kontrast. Hier können Sie das Farbthema für das Poseidon Web wählen. In Zukunft wird es auch noch weitere Farbthemen geben. Sie können hier die Telefonnummer angeben, die der Benutzer wählen kann, falls er oder sie während der Navigation mit der Poseidon App in die falsche Richtung läuft. Sie können hier auch angeben, wie oft der Benutzer getrackt werden soll, wenn die mobile App nicht im Navigationsmodus ist. Geben Sie dazu die Minutenanzahl ein und drücken Sie auf Speichern. Hier sind die Optionen für den Kalenderalarm. Wenn Sie dauerhafter Alarm wählen, ertönt der Alarm auf dem Smartphone so lange, bis der Benutzer diesen stoppt. Wenn Sie Alarm bei Beginn wählen, ertönt der Alarm nur bei der Startzeit des Ereignisses. Mobile Streaming erlaubt dem Benutzer, YouTube-Videos zu streamen, wenn das mobile Netzwerk genutzt wird. Das geschieht, wenn kein WLAN-Zugang vorhanden ist. Wenn das Cast hier nicht angekreuzt wird, kann der Benutzer keine Videos im mobilen Netzwerk streamen.